Ich bin rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Was? Bist du gerade rausgeflogen? Fuck ey, du bist gerade rausgeflogen. Jetzt muss hier gerade auf einer auf mich aufpassen. Jo, da ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Bist du rausgeflogen? Ja. Ja. Ich will jetzt nicht runtergehen, dann sterbe ich wahrscheinlich wieder. So, ganz plötzlich. Ja, so vom letzten Mal, ne? Ja. Der größte Kack, den es auf der Welt gibt, ey. Ein chillender Zombie. Ein chillender Zombie, mein ich. So, Ridgefinder, alles in Ordnung. Da bin ich wieder. Oh, wenn nichts passiert. Kannst du ja vorstellen, ne? Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da nichts passiert ist. Wie schaut's denn aus der Richtung Balota da hinten aus? Gar nix. Gar nix. Ein Zombie, der hinten verbreitet. Gar nix. Das Balota, äh, Rangefinder. Ja. Das sieht besser im Moment aus. Das Nebel. Das Ortsausgangsschild von Tschernhof. 500 Meter Entfernung. 4, 4, 4, 4 Meter Entfernung, mein ich. Kannst du mal so ne Server wegsagen, oder? Ja. 4 Meter Entfernung. Ja, lass mal den Server ent... Was? 4 Meter Entfernung. Was ist so los? Was denn? Ja, nichts. Ist nix. Nichts. Alles ruhig. Ok. Ja, Serverwechsel. Wenn jetzt nicht mehr was passiert. Ja, gleich Serverwechsel. Ja. Ich bin grad hier nochmal abgechecken. Beendest du die Aufnahme dann, oder? Ja, klar. Ja, beendest du die Aufnahme dann, oder? Ja, mach ich. Na gut, dann vergiss den Timer nicht. Oder soll ich weiterlaufen lassen? Ja, wenn du die Aufnahme weiterlaufen lässt? Ja, aber dann sieht man die ganze Zeit diesen Einlog-Bildschirm. Ist natürlich auch kacke. Ich weiß nicht. Ja. Ich brech ab. Oh, dann bis gleich, Leute, ne? Wir sehen uns in... ...für euch 0,1 Sekunde wieder. Und zwar... ...genau... ...warte, 2000 gleichzeitig drücken. Zu viel Anforderung für mich. Erst die, dann die. Jo, bis gleich, ne? So, da sind wir wieder... Ja? Ja? Die 0,2 Sekunden sind vorbei und irgendwas schwebt der über Ciano. Was? Ah, ja, steht da. Ja, der schwebt ganz viele Munitionskisten. Ja, das ist eine Munitionskiste. Das schwebt ja rum. Hecker! Wo? Hast du grad geschaut? Nein! Okay, komm, runter auf die Tür. Ich bin schon unten. Ja, ich... Ja, mit mir. Ich hab mich wieder hingestellt. Zombie. Von wo aus? Ich bin da... Ich muss nur gucken, wo die Zombies rennen. Ja, in der Nähe. Ja, in der Nähe. Das ist dann kann es immer wie sein, dass die Zombies ruhig bleiben. Ja, das war ja meine Sache. Ist nicht bei uns in der Nähe. Die Zombies chillen alle. Ja. Die Feuerwache ist leer. Das stimmt, was denn die Waffe ist so laut. Der Sniper ist so laut. Vielleicht im Wald oder sowas. Ja, ich guck grad am Wald. Ja, vielleicht im Wald. Ja, ich hab da einen. So, ich ziehst oder? Ich seh da einen. Wo? Wenn du hier die Straße verlängerst, kommt so eine Pappel. Stell dich mal neben mich. Ja, ich bin neben dir. Da ist so ein Rohr. Da ist so ein Rohr. Dieses neben der Fabrik mit dem blauen Tor. Vor dem Fußballfeld? Nein, nein. Alter, wohin guckst du? Äh, wo ist denn dein Fußballfeld? Warte kurz. Vor dem Haus. Ah ja, da links neben dem Haus. Vor dem Fußballfeld oder nach dem Fußballfeld? Hinter dem Fußballfeld. Hinter dem Haus noch. Hinter dem Haus noch. Wenn du diesen Baum da anguckst, ne? Welchen Baum? Neben dem... Ich seh da kein Fußballfeld. Da ist ein Fußballfeld. Links neben dem Fußballfeld ist so ein hoher Baum. Links. Also ich seh da so eine kleine, mini kleine Hütte da ganz weit da vorne. Äh. Guck mal hier vorne. Guck mal hier vorne. Hier diese... Direkt hier vorne. Siehst du dieses Fabrikhaus mit dem grünen Tor? Mit dem grünen Tor? Mit dem blauen Tor. Mit dem blauen Tor. Mit dem blauen Tor, ja. Diese großen, wo man reingehen kann. Ja, ja. Da rechts neben ist so ein Rohr. Ja. Dem folgst du bis zum Baum kommt auf der... Ende der Dinge links. Ja, das ist am Fußballfeld. Genau. Dann gehst du den Baum hoch. Bis zum... Dann kommt ein kleinerer Baum dahinter. Ja. Dahinter ist ein Busch. Ja. Dann noch ein paar mehr Bäume. Ein paar Büsche irgendwo, ja. Und das war ein Schaf. Ja, das hab ich auch gesehen. Aber da an den Büschen, da war was. Da ist jetzt aber nichts mehr. Aber er hat schon wieder geschossen, rumgeballert. Alter, ich dachte da wär eben die Hedi, ey. Ich hab so einen Schock gekriegt, das war echt nicht feierlich. Weißt du, da fliegen die Kiste da oben? Ja. Da drüben ist nix. Ich guck mal auf der Seite am Wald. Der muss weit weg sein, weil jetzt haben wir es sich überhaupt nicht regen. Alter, du bist mir grad im Bild rumgelaufen, ne? Alter, war das ein Sch... Ja, gut. Da gibt's Schweine. Warte. Warte. Ich sehe einen. Oder ist das ein Zombie? Müsste ein Zombie sein. Wo denn? Zwischen den letzten Häusern hinter der Straße und dem... Ne, das ist ein Typ. Das ist ein Typ? Ja, hier da, wenn du die Bushaltestelle, wo der Bus steht, äh, die Straße lang gehst, da hinter dem grünen Haus. Okay, ich sehe das grüne Haus. Dahinter soll er sein? Dahinter ist der eben... Da ist der eben hinter gegangen. Äh, in Richtung Haus oder weg vom Haus? In Richtung Haus. Richtung Haus. Ist er vielleicht da drin, oder kann man da überhaupt rein? Weiß ich nicht. Das ist ja mal... Der Bus ist im Übrigen da, ne? Ja, hab ich... hast du grad gesagt. Das hab ich nicht gesehen. Hab gesagt, wenn du die Bushaltestelle verlängern hast. Ja, du hast gesagt... Holz. Erstmal auf den Bus aufpassen. Wird's doch jemand snacken wollen. Hast du mal auf dem Bus auf? Ich guck mal in die Stadt rein. Jo, warte. Ja, den Thermal hab ich vergessen. Fuck. Der Bus leuchtet lila im Übrigen. Haha, ist das geil. Heißt, ich kann Autos ziemlich gut unterscheiden. Jetzt fliege dieses Teil. Ein Heli würde ich sogar da hochfliegen, zur Munitionskiste, ja. Ja, fand ich nicht, was er so bringen soll. Ja, da sind doch die ganzen Sachen drin. Ja, ich weiß, aber wie willst du da rauf? Oder dass es abstürzt. Keine Ahnung. Du fliegst einfach daneben und der, der hinten drin sitzt, muss dann scrollen, bis er die Kiste anvisieren kann. Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Wer geschaut, wer am Bus. Guck mal, ob das ein Zombie ist. Nein, das ist kein Zombie, das ist ein Soldat oder so in dem Sinne. Gib ihm. Okay, jetzt ist er am Baum. Da ist er. Soll ich? Willst du? Warte, ich... Nee, warte, das ist... Nee, das ist ein Zombie. Ja, nee, Zombie. Warte kurz. Jetzt ist er in dem Baum. Ja, das ist ein Zombie, glaub ich. Das ist ein Soldatenzombie. Es sei denn, das steht jetzt auf. Ja, ich guck dir noch ein bisschen weiter zu, beim Crouchen. Normalerweise müsste ich doch mal den Arm auftauchen. Ich seh ihn nicht mehr. Ja. Einer croucht da weiter. Siehst du irgendwas? Nee, das ist ein Zombie. Guck mal, Krankenhaus bitte. Ach, hier gibt's auch keinen, du begreifst mein Chat. Was? Kein Chat. Es gibt auch keinen übergreifenden Chat. Mal durch die Stadt gucken. Guckst du mal, Feuerwache bitte? Mach ich selber grad. Ich kann die von... Da ist was an der Feuerwache. Ja. Zombie, Zombie. Ist auch ein Zombie, der. Könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du in die Feuerwache reingucken? Ins Tor? Warte. Da war eben was Orangenes. So wie du aussahst. Alter, ich glaub hier liegt ne Munitionsriss auf dem Boden. Wo? Wo denn? Hier, also unten. Auf der anderen Seite, hier unten. Ich seh dich nicht. Ich komm mal rüber. Neben den Autowracks. Was? Ich geh gucken. Hey, ich brauch jetzt Rückendeckung ne? Ist dir klar? Ja, ist schon klar. Aber ich guck... Bist du unten bist, guck ich jetzt mal... Guck ich mich noch um. Die Frage ist, ob ich gleich Bus gucken gehe. Ne, ist mir zu gefährlich. Es ist... Überall Zombies sind ne Feuerwache. Ja, der Timer ist nicht genau, ne. Der ist ungefähr 5 Minuten zu lang. Ja, egal. Lass uns dann einfach mittendrin so... Oh, herzlich willkommen in Folge 500... Äh, 100. 500 wär ja geil. 500? So, ich bin unten, ne. Ja, einen Moment, warte. Sollst du mir viele Zombies unter mir rumgammeln? So, hab die Munitionsküste im Auge. Problem ist nicht die Munitionsküste. Da kann jeder selber rumsehen. Was ist dann das Problem? Dass einer von hinten kommt, wenn ich hier lang crouche. Und bleib einfach bei der Munitionsküste. Ich liege jetzt mit meiner Kamu-Klöfen. Und soll ich den da mitbringen, wenn das wirklich Munitionsküsten sind? Hm? Gut, ich brauche eigentlich... Ich brauche nix. Dann brauche ich nur... ... was zu essen oder so. Jo. Also Munition habe ich genug und... ... ja, ich... ... eigentlich... Guck einfach mal nach. Bin da. Kann ich nicht öffnen. Kann ich nicht öffnen. Doch da, hier. Nee, nur meine eigenen Sachen. Kann sein, dass du wieder öffnen kannst, ne? Ich kann's anvisieren. Ich? Einer Seite. Ja, aber im letzten Mal war es da auch, dass ich es nicht aufgekriegt habe. Soll ich runterkommen? Oder... Ja, also von der einen Seite kann man's öffnen, theoretisch. Ja, soll ich runterkommen? Ja, warte, ich gehe erst hoch. Ich würde den lauten Sound erklären, ne? Den wir eben gehört haben. Dass da einer mit dem Granatwerfer spielt. Alter, halt im Moment, bei der es jetzt abgeht, ne? Sind die Hacks mittlerweile so billig, oder? Oder was? Ich hab mich da noch nie mit beschäftigt, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Muss man sich am Programm installieren, oder was?